Platz 11, Einfahrt, R.E. 70 nach Bielefeld, Hauptbahnhof, über Herzbald, Anfang Uhr, 16.09 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Einfahrt, R.E. 1, von Dostaschule, Angriff, 16.08 Uhr, Leipzig, Vorsicht bei der Einfahrt. Einfahrt, R.E. 70 nach Bielefeld, Hauptbahnhof, über Herzbald, Anfang Uhr, Leipzig, Vorsicht bei der Einfahrt, R.E. 70 nach Bielefeld, Anfang Uhr, Leipzig, Vorsicht bei der Einfahrt, R.E. 70 nach Bielefeld, Anfang Uhr, Leipzig, Vorsicht bei der Einfahrt. Das ist einfahrt, R.E. 70 nach Bielefeld, Hauptbahnhof, über Herzbald, Anfang Uhr, Leipzig, Vorsicht bei der Einfahrt. Mit den Autbahnhof, über Herzbald, Außend Frühstück, Vorsicht mit der Einfahrt. Das ist ein photo. Ostbahnhof über Magdeburg in den Abschnitten A bis G mit ICD 941 nach Berlin. Ostbahnhof über Magdeburg in den Abschnitten E bis G. Abfahrt ursprünglich 16.31 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt C bis E und E und F. Zug wird in Magdeburg Hauptbahnhof geteilt. Heute nur bis Berlin Zoologischer Garten. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Heute mit allen in Berlin Zoologischer Garten. Vorsicht bei der Einfluss. Nein, nicht besonders auf der Land. Plattform 9. Now arriving, ICD 951 to Berlin-Horst Bahnhof via Magdeburg in Platform section A to G with ICD 941 to Berlin-Horst Bahnhof via Magdeburg in Platform section A. E to G, schedule departure 16.31 Uhr. Das ist meine prima Frage. Wir werden die Klasse Klasse heute in Platform section C, 2, E und E und F. The train will be split up in Smeddeburg-Hauslanden, in fact, the Linthu on Gischt-Garten, the Linthu on Gischt-Garten, today. Information on connections will be provided on board the train. We'll call that the Linthu on Gischt-Garten, today. Caution. The train is arriving.